Gestatten, Susan Hiet, Love- und Leitberaterin und Glücklichmacherin. Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Susan Hiet, Love- und Leitberaterin und Glücklichmacherin. Einige kennen mich ja schon und ich hoffe, ganz viele lernen mich noch kennen. Ich möchte heute darüber sprechen, dass ich mich mit Webinaren beschäftige. Nicht nur beschäftige, sondern Susan Hiet Go's Webinar. Sprich, ich biete inzwischen auch Webinare an. Was ist ein Webinar? Das ist ein sogenanntes Online-Seminar. Hat den super tollen Vorteil, dass man es von jedem Ort der Welt sich anschauen kann. Ich kann es auch machen. Vielleicht bin ich also demnächst in der Karibik oder sonst wo, wo es schön sonnig und warm ist. Denn das Wetter ist ja dieses Jahr wirklich ziemlich heftig. Und ja, also ihr findet mich derzeit auf etudip.com. Da gibt es eine Menge Angebote. Einige habe ich schon gehalten. Die Resonanz war sehr positiv. Das freut mich. Und ja, jetzt mache ich da weiter. Das bedeutet für euch, ihr könnt teilnehmen. Es ist, wie gesagt, relativ einfach. Ihr müsst nicht von A nach B fahren. Es ist insofern bedeutend kostengünstiger. Ich sitze entspannt, wo immer ich gerade bin. Wichtig ist, also ihr müsst einen Zugang haben, sprich Internetzugang. Also entweder habt ihr einen PC, einen Laptop. Vielleicht geht es inzwischen sogar über Smartphones oder iPhones und Tablets. Dann könnt ihr euch allerdings nicht direkt beteiligen. Es läuft sowieso derzeit meistens über Chat. Ich werde demnächst auch mit dem Mikro mal ausprobieren. Mache auch Night Talks. Die sind besonders spannend. Da geht es natürlich immer um heiße Themen. Es geht um Liebe, Lebensglück, aber auch PR, wie man sich selbst bekannter macht mit Eigen-PR. Und viele, viele, viele spannende Themen. Ja, ich leide euch herzlich ein, dabei zu sein. Schaut einfach auf etudip.com nach Susan Hiet. Ich mache auch den Link noch unter dieses Video, unter die Beschreibung. Ansonsten wisst ihr, wo ihr mich erreicht. Ich bin ja auch an den Social Medias unterwegs. Ich freue mich auf euch und sage mal bis bald. Tschüss. Tschüss.